ja servus beinahend diesmal gibt es ein motorvlog ohne dass ich auf dem motorrad sitze denn ich zeige euch heute mal mein allererstes motorrad genau und was hatte ich damals eine honda ca 125 rebell also eine kleine chopper genau die hatte ich damals von einem klassenkameraden abgekauft ja und ich kam auch durch die klassenkameraden die ich hatte kam ich auch überhaupt dazu motorradführerschein zu machen weil da gab es auch ein paar die hatten einen roller und von einem durfte ich einen roller mal kurz die straße auf und ab fahren probe fahren ja und da habe ich dann irgendwie lust bekommen aus motorrad fahren und einfach den 125er führerschein gemacht in a1 von damals das war im jahr 2001 also 2001 habe ich meinen führerschein gemacht und dann auch eben dieses motorrad gekauft und war eigentlich ein ganz nettes moped ja die ist auch richtig gut gefahren sie war sehr wendig klein leicht wunderbar so für den anfang passt echt gut und ja genau die delle im tank die ist vom vorbesitzer kam nicht von mir und dieser schöne doppel auspuff hinten links rechts doppel der end schalldämpfer schönen chrom gehalten was für eine schlanke figur wunderbar so und das ist das triebwerk wenn man es denn so nennen kann insgesamt also 125 kubik zweizylinder rheinmotor hatte 11 ps und top speed war ungefähr 100 kmh auf der landstraße also auch gedrosselt also die trotz drosselung 100 kmh gefahren weil die war über die übersetzung gedrosselt aber ist eigentlich auch ganz gut wenn man auf der landstraße so 100 fahren kann weil dann kann man besser einfach im verkehr mitschwimmen wird nicht irgendwie riskant von den autos überholt wenn man damit 80 dahin tuckert also 100 kmh finde ich da wirklich eine sinnvolle geschwindigkeit ja ich wurde auch einmal von der polizei aufgehalten da bin ich mit einem freund hinten drauf also er auf dem sozio sitz sind wir zu zweit gefahren und die polizei hatte sich gewundert warum wir da zu zweit auf der 125er mit 80 den berg hoch kommen haben die gedacht ich hätte die irgendwie getunt oder so haben sie uns halt aufgehalten dann hat sich der polizist einfach selber drauf gesetzt ist kurz einmal auf und ab gefahren hat gemeint nee passt alles alles in ordnung ja ein paar schöne aufnahmen gemacht im spätsommer ja und sogar in der natur macht sie eine gute figur hat das reimt sich wunderbar auf dem feldweg oder mais gerade wächst oder mitten im wald dann habe ich auch mal so onboard fotos gemacht so während dem fahren da zeigt der tacho jetzt fast 90 an hatte ich allerdings schon die hand vom lenker genommen um überhaupt das foto machen zu können also war ich vorher schon ein kleines bisschen schneller es war natürlich auf einer dieser feld dieser oder dieser überland straßen wo nichts los ist da kann man das schon mal machen man erkennt vielleicht leicht im rechten blinker spiegelnd da habe ich beide hände gerade an der kamera macht das foto genau und hier nochmal ein bisschen schärfer schärferes foto und diesen schlüssel anhänger da vorne den habe ich übrigens immer noch ja den verwende ich für alle meine motorräder ich bin ja bisher nur honda gefahren und auch jetzt beim aktuellen motorrad bei der super blackbird habe ich immer noch den gleichen schlüssel anhänger dran ja und hier sieht man mich mal in action schön schön im t shirt fahrend genau hinten auf dem so zusitz ist glaube ich ein kursar von mir wenn ich mich nicht irre ja man sieht mir natürlich die freude ins gesicht geschrieben von diesem coolen bike einen kugelt Sensi 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 Vielen Dank.